Arbeit ist die beste Integration. Ich habe heute drei Frauen kennengelernt, die aus der Ukraine vor Putins Angriffskrieg in Deutschland Schutz gesucht haben, aber eben auch in Arbeit gekommen sind. Und von diesen guten Beispielen brauchen wir mehr. Mit dem Job-Turbo wollen wir dafür sorgen, dass mehr Geflüchtete jetzt in Arbeit kommen können. Und die Voraussetzungen sind gut, weil sehr, sehr viele mittlerweile die deutsche Sprache gelernt haben und übrigens noch keine perfekten Deutschkenntnisse haben, aber arbeitswillig und sprachfähig sind. Deshalb bringen wir heute die deutsche Wirtschaft und die Sozialpartner an einen Tisch, die Jobcenter auch, um dafür zu sorgen, dass der Job-Turbo gelingt. Arbeit ist die beste Integration. Arbeit bringt unser Land voran. Und die Orientierung ist jetzt klar. Auf in die Arbeit!